V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Versucht zu überleben, unsere Ressourcen zu sammeln Ja, wir haben schon eine Taktik, ne? Ok, klug schon bei den Blockern Wir sind hier Team Princess, also nicht wundern, wenn es das irgendwo falsch geschrieben ist hier Darüber reden wir gleich, aber jetzt geht es auf jeden Fall los 5, 4, 3, 2, 1 Oh shit Es geht Jetzt komm, ich bin oben, ich bin oben, ich renne, ich renne, ich renne Ich renne in Richtung Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr Ich renne, ich renne schon Nein, ich wurde zurückgeglitscht wegen Anti-Sheet, nein Oh nein Ok, egal, das Zuckerrohr ist schon weg Ja, renne da hin, renne zum anderen Du siehst mich, du siehst mich Ich seh dich, seh dich Wir müssen weiter rennen Und wir haben alle nur ein Leben Wer stirbt, ist tot Da kann ich mal mitmachen Ey, komm, 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 komm Ich komm doch, ich komm doch Und ich weiß, ich mach nicht wirklich viel Micro-Coin auf meinem Kanal Aber vielleicht mach ich das imnächst einfach Ey Leute, ich mach mir jetzt schon mal ein Schwert, ja? Ich hol Zuckerrohr, ich hol das Zuckerrohr Ich hab ein Schwert Ich hol das Zuckerrohr und das ist mega viel Zucker Nimm Zuckerrohr Alter, wie viele da sind Yes Ich hab neun Zuckerrohr, ich komm zurück, ich komm zurück Hi, 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 hier ist ne Höhle, komm direkt, äh Steinschern Ich hab ein Hör für dich, komm her, komm her Ja, 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 jetzt ficken wir die, fing mir Wir ficken die jetzt, komm Nein, äh, lass erst mal, lass erst nur Sachen craften Lass erst mal Holz abbauen, wir brauchen ganz viel Holz Okay Das ist übrigens ein Techerback, was ich zusammen gestellt habe mit, äh Es ist so ein Mix aus ein paar anderen und zusammen mit ein paar eigenen erstellten Texturen Ähm, das Pack werde ich noch nicht in die Beschreibung tun Erstmal gucken wir, ob wir das nicht vielleicht weiter wollen Und ich glaub, da kommen welche zu uns, da? Ich bekomme gerade, äh, Discord-Nachrichten, aber es ist jetzt hoffentlich auch egal Äh, ich krieg, äh, Hunger Ich schürt mal ein paar Tiere Äh, dort ist ein Huhn Ja, ich hörte hier in so einem Schwein Das macht glaub ich mehr Sinn Ohhhh Da sind Leute schon mal gestorben Ritterst raus Ey, weil ich bin im Wasser, ne? Wenn jemand kommt, ich bin tot Und ich wundere, warum ich ganz ein Antischied bekommen, das packt bei mir irgendwie rum Ich baue mich runter Ich baue mich runter Ich mach mir eine Spitzhacke, schnell Wir müssen hier lang Weil ich glaub, die meisten sind sehr weit vom Spawn entfernt Ich sitze da richtig Obwohl ich gar nicht so aufgeregt bin Ja, komm her Das sag ich euch gleich nochmal Denn es ist grad ziemlich wie so was passiert, worüber wir reden wollen Wo bist du? In der Höhle? Hier ist Stein Ähm, siehst du meinen Namen? Nein, ich seh dich überhaupt nicht Ich bin noch am gleichen Ort Ich bin noch am gleichen Ort Da, da, ich auch Da siehst du mich? Hinter dir Da, da, siehst du mich? Spring Da, 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 da Hier, hier, hier Wo denn? Da, da, hinter dir Da, da, komm her, komm her Aber ich würde nach links Ich würde nach links in den Wald Äh, einfach hier runter kurz Ich baue, ich mach für uns Steinschwerter Okay Äh, Sneaken Ja Ja, ja Also Tab zeigen darf ich ja F3 nur nicht Äh, ja Ja, ja Okay Äh, hast du Workbench? Ich mach eine Äh, ich kann auch eine Okay, okay Geh mal Ich, ich hol kurz etwas Holz, ja? Ja Ist ja egal welches Holz, solange es Holz ist Ey Leute, sorry, ich krieg grad tausende Discord-Machrichten Ich hoffe das stirb Oh mein Gott, ich hab mir grad eine Steinschauffe gemacht Nein Oh mein, ey Ähm, ich bin auf jeden Fall lost Ich hab nur noch drei Hungerbalken Das ist etwas problematisch, würde ich sagen Da sterben grad schon ganz viele Leute Wir haben noch Noch nicht mehr so viele Äh, wollen wir hoch und Leute klatschen? Ja Aber erst mal Steinschwert oder Steinschwert zumindest Nene, das ist doch so viel Aber ich, 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 ich brauche Essen Ich kann nichts mehr machen Ich, ich kann nicht mehr rennen Ich töte grad hier ein paar Hühner, ja Aber ich merke grad mein Level Resetet, das ist cool Dann brauchen wir, dann brauchen wir die Dann müssen wir die töten Ja Ähm, also ich hab zucker geworden Das passt, perfekt Ah, guck mal hier mein Skin Ich hab nen Prinzessin Und zwar hab ich ne Prinzessin Wir sind beide nämlich Hashtag TeamPrincess Yes Das ist unser Thema hier Denn niemand vermutet, dass so ein Prinzessin so krass ist Und die alle klatschen wird Ja, ja Ich kann nicht mehr rennen, ne Soll ich, soll ich roh essen? Äh, ja Es roh Das ist wichtiger Ich, ich töte hier euer Klubachstub Ich, vieler Schwein Ey, ey Ich bekomme 1000 Discord Nachrichten Das tut mir grad richtig leid Irgendwie aber doch nur Später werde ich das viel schneller einstellen Also Äh Ab Folge 2 wahrscheinlich, oder? Ach, schau, ich hab' ich hab' bekommen Soll ich Bäume abhacken? Das wäre dann gut Oh, ich bin runtergefallen, oh Gott Ich dachte das nicht Oh mein Gott, du darfst auch nicht so viel Leben verlieren Ey, wir suchen grad die Spieler, ne Ich kann nicht mehr regnen, ne Ich hab' jetzt schon zweieinhalb Leben insgesamt verloren Ey, du musst warten Wo bist du? Okay Brauchst du noch mehr essen? Ich brauche jetzt ab, das ist ganz wichtig Das ist ganz wichtig Wir wollen ja die nächsten Folgen jetzt nicht mal in der Oberfläche Ja, das stimmt auch wieder Eine Folge geht übrigens 15 Minuten ungefähr Also nach 15 Minuten werden wir automatisch gekickt Ja, aber man kann's auch verstehen Also von daher passt das Ja, man kann's auch verstehen was Man kann's auch verstehen, was Ok, ok noch mehr Heißen Oha, lol eigentlich Einige sind schon gestorben bin ich Oh Jou Guck mal, torp alter Davor war es ein bisschen Ja, ich werde gleich über die äh Probleme reden Über die ich schon Angedeutet habe Ich so, ich, ich such grad Spieler, ne Doch erst da wollen wir uns etwas beruhigen Hier ist es unendlich essen Hier ist unendlich Ich komm, wo bist du, wo bist du, wo bist du wo ist geradeaus ich bin auf dem berg ich bin auf dem baum wo bist du wo bist du bei einer freien fläche ohne bäume wenn wir uns verloren hätten wir wollen ja leute wie ich werde anti das antische back mich dann richtig zurück ich bin gerade wegen anti steht habe ich richtig viel damage genommen das ist kacke und nicht wundern falls nicht ganz so viel los ist ich darf nicht editen ich darf nur hintergrundmusik machen und das war's und hieß die border wow wie klein ist bitte die welt das ist enttäuschend es wurde sogar gesagt dass sie kleiner wird wenn man leute killt deswegen so ist die kleiner deswegen ist die kleiner aber warum wird die dann sofort kleiner gemacht leute dürfen ja gar nicht in der nähe von border sein stimmt weil die ganze leute gekillt werden aber wir sind nicht tot junge wie sie nicht tot ich wollte nein lass erstmal jetzt eisen holen wir haben wahrscheinlich jetzt alle schon schmiedekunst ja ja komm das eisen holen wir finden keine gegner ist leider so ich habe etwas essen ich habe ich bin weiter weg vom border ich habe irgendwo angst man darf das wurde wurde größer gemacht ja ich habe eine spitzage weg ich muss jetzt mit der das dort abbauen aber ist egal hier guck das habe ich auch schon gemacht okay ich brauche mich runter aber es liegt ich mache einfach also leute wie gesagt dieses man sieht nichts super wie gesagt dieses setback ab ich bin ich gemixt mit ein paar anderen und wir wollen jetzt über die probleme reden die wir auf jeden fall hatten bevor wir die aufnahme gemacht haben unter anderem das unser team name falsch geschrieben ist und dass das etwa fast zwei stunden glaube ich verschoben wurde aber das ist ja okay dass verschoben wurde das team nervt mich persönlich etwas aber gut ist das nicht das schlimmste der welt also ich werde nicht sagen aber es kam alles schon sehr knapp also ja sehr knapp werden wir hatten halt nicht so viel zeit und voll viele wollten auch nicht mehr und deswegen hat ich soll ich jetzt erwähnen wir haben auf jeden fall unser bestes versucht dass wir so schnell wie möglich das ding hier starten weil es wurde verschoben und voll viele sind halt wie gesagt das kennt man ja die sind sehr einig und die wollen direkt dass es startet und so und wir hatten noch ein paar probleme mit leuten die nicht drauf schauen könnten top spieler der typ hat schon zwei kids das ist auch krass die haben alle schon zwei kids aber jetzt hier die team 13 die die recken gerade ein paar leute ja ja das projekt heißt jetzt various various ja keine ahnung also wer gefällt der name nicht vorher hieß er bei roh und der gefiel mir gefiel mir wie viel eigentlich das intro das könnte mir gerne in den kommentaren schreiben meine spitze kaputt ich mache hast du meine achse steinert direkt gemacht geil er hat ob du nur holzspitze gehabt das ist dein ernst ja hatte ich sorry ihr könnt gerne auf den greenskanal gehen und andersrum auch meinen hihi suchen erde wenn du kohle hast dann mach bitte wir haben gerade so viel pech dass wir nichts finden markus sein ist gestorben mal schauen ich kenne leider alle nicht ich kenne hier wirklich niemanden als nur green habe ich kennengelernt aber ich bin froh ich habe ich habe mich auch angeschrieben für für teampartner weil ich sonst niemanden richtig kannte man kann ich ja auch zwar nicht aber ein bisschen besser von speed bau okay das war ja beim spielfacher und dabei das welch ist eine lange geschichte das kann man jetzt nicht erklären weil es wirklich eine lange geschichte ich weiß gar nicht mehr wie zu viel spielfacher gekommen bin ich glaube wegen drakina oder egal ist ja auch nicht wichtig wir müssen viel weiter runter wir machen wir machen es schneller wir verlieren sonst zeit komm mal weißt du wie wir machen schneller so warte gemacht was hier bauen hier bau auch immer so ein block ab und dann unter die so ein ja okay spring spring mal bei mir runter wenn du willst ich mache ich mache seit letztes ich mache bei mir hier so alter sorry ich sehe gerade wirklich gar nicht ich sehe aber ich tue mir leid falls man im video nicht viel sehen sollte wir bauen auf jeden fall gerade zwei blöcke runter uns ab hier ist aber sehr viel hier ist kies bei mir ganz viel dass das müsste eigentlich auf eine hülle hindeuten soll ich runterkommen soll ich bauen eben dahinter einfach weiter ich bin in dem gang ich bin in dem gang okay perfekt nicht perfekt ich sehe nichts und ich habe angst dass jetzt ein skelett kommt nämlich abschließend mich tot war das ein zombie ich baue kohle ab damit wir fackeln haben können wir auch gerne sagen ob das ich habe euch eine fackeln gemacht wir sind auch bei 12 also die erhöhe auf jeden fall erst nachgeguckt oder was ja die koordinaten müssen wir müssen wir weil sonst wissen wir nicht wo wir sind nein dann warum machst du das das ist nicht gut dass sie kann das neue was das war schon fast in fünf minuten in fünf minuten also wieder gelegt hat als ob sie schon vorbei war das wundert mich auch gerade so schnell tatsächlich das eisen ist ein ich war ob ich ja ich habe auch ganz viel eisen abgebaut ich mache schon das eisenschwerter machen noch eisenschwerter von uns ich mache die klatschen wir klatschen direkt gefällt euch das gefällt euch das texture pack leute schreibt uns das habe ich gemacht hier das ganze eisen rein also ja stimmt wir haben genug eisen jetzt eigentlich zum braten ich muss noch mit dem ganzen technik klarkommen aber das passt noch glaubt sie sind irgendwo dir das kann ja möglich sein dass und ja bestimmt kann gut sein aber lass dich bitte nichts warum wir wie viel den folgen darf man nicht aufnehmen weißt du das ich glaube alle zwölf stunden können wir auch auch sollen also müssen wir sowieso vor produzieren weil sonst sind wir ja also auf jeden fall die größten probleme waren einfach dass das alles so last minute gemacht wurde obwohl es eigentlich soweit ich weiß vorher schon alles fertig war aber da kann jetzt nicht viel zu sagen weil ich bin ja nur mitglied ich habe ja nichts gemacht irgendwie ich bin ja kein schwer das ist ja keine frage man hat sehr viel zu tun sehr viele leute haben auch immer nachgefragt und nachgefragt obwohl das alles schon offensichtlich allerdings wurden mein größter kritikpunkt bisher ist dass fragen nicht beantwortet wurden egal wie auch wie sie gestellt habe sie wurden nicht beantwortet und probleme wurden auch nicht irgendwie hinterfragt oder sowas also das finde ich schon sehr enttäuschend ich möchte das nur so mal sagen weil mich hat das schon etwas enttäuscht weil ich wollte zum beispiel wissen welche tränke nicht erlaubt sind oder sowas ich habe für dich ein geschenk ich habe ein geschenk für dich ich habe 16 ich mache das kurz hier ich habe ein stack ich gebe dir die hälfte hier ist noch kohle die bräuchte ich dachte ich dachte wie kindleute draußen aber wir haben keine gesehen und jetzt wieder ganz kurz gelegt das war direkt danach wieder aufnehmen ich hab bock das geht ja gar nicht alle zwei stunden glaube ich hast du keine kohle mehr ich tue mal kohle rein noch mal gucken doch ich habe genug ich habe genug ich mache noch einen zweiten ofen und dann tue ich da ja ich gehe schon mal essen rein ja ich gehe schon mal andere seite ich bin ganz kurz gucken kannst du für mich auch noch machen ja dann muss ich ein paar sticks verschwenden kann ich gerne machen wo sind die so müssen die sind eigentlich schon wichtiger ich bin bald hier ist so ein gang denn der nacht oder ich nehme erst mal ich nehme erst mal das essen raus ich muss gerne mich dringend dragon ich denke überhaupt nicht aber die aufnahme schon fast vorbei leute ja 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 ich guck grad noch ob ich die aus finde das war voll geil wenn ich noch ja das war richtig geil wenn ich noch jetzt gold wir wurden zum teil auch übrigens angeschrien aber dazu sagen immer nichts weil etwas chaotisch heute aber leute hast du für mich weil ich nehme ja komm her ich gebe dir hier mal die hefte die liegen hier was die liegen hier im wasser wasser hast du hast du hast du okay brauchst essen kannst du auch schon mal essen braten habe ich schon mache ich mache ich gerade ich muss aber ganz kurz eine sekunde gucken welche können nein ich zeige nichts hätten sonst hätten wir keine chance gegen die natürlich einfach ganz weit runter bis zu bedrock bauen dann einfach ein paar blöcke hoch ja aber ja ich ist auch lava wir werden jetzt gleich gekickten in der minute glaube ich also ja warum wird also ich nenne es einfach mal überwahrer war ich keine ahnung wie das heißen soll ja hier sitzt auch ein check princess hier im inventar weil robert alle zwei tage kommen und 15 minuten pro folge dauern wie gesagt und wir gucken mal dass wir gewinnen ja noch 30 sekunden dann lass uns lieber einbauen würde ich sagen ich bin gerade woanders bei dir ausfragen kommst du zu mir ich weiß nicht wo du das war ich muss fertig kochen ich komme ich komme wo bist du bist du ich habe es nicht mitgenommen egal können wir machen da ich wenn du diese kleine schlucht weiter geht dann bist du allerdings wenn du meinen namen sie ist auf der meins tier ich weiß wo ich bin du weißt nicht wo bist du hier aber ich sehe den namen ich habe ich sauber ist aber was möchte ich noch noch ich brauche mich ein ich brauche mich ein ist mir egal ich brauche ein mit welchem stein ich muss ich auch einbauen wie viel zu gut haben wir noch okay das war es tatsächlich schon mit der ersten folge von wairo varios wie was immer ja und wir werden gekickt bestimmt glaube ich ich bin noch auf dem server das sind leute ich glaube wir müssen verlassen ich warte erstmal die schützzeit von zwei sind direkt wieder drauf drauf geht was du besitzt den combat lock status unsere zeit ist wurden okay wir müssen lief einfach lief einfach ja okay das war es dann heute ihr könnt gerne auf unseren scott server join auf unseren social media vorbeischauen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder